...flüssigen Metallüberkipp, um den Liedtext, ich tue dir weh, bildlich zu unterstreichen. Weil der Flake der Schwächste der Gruppe ist, dann muss er immer dran glauben, weil es nicht wehren kann. Till ist der Stärkste und deswegen ist immer Flake Mode. Für das ist eine Beleidigung, die ich hier nicht in dem Werde. Also er ist natürlich geschützt, er liegt natürlich nicht im offenen Feuer, aber man muss schon alles richtig machen, sonst ist das eine durchaus sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich kenne Till jetzt schon eine Weile und der passt dann auf, dass mir dann nichts passiert. Komm raus! Es gibt sicherlich Bands, die auch Pyrotechnik einsetzen, vielleicht auch in einer vergleichbaren Menge von der Effektstückzahl. Ich denke aber, dass Rammstein mit der Art der Effekte, also wie nah sie Effekte an sich heranlassen, am Körper selbst haben und auch mit den Ideen, die sie da einbringen, schon einzigartig sind. Ich freue mich wirklich drauf. Wir waren viereinhalb Jahre nicht mehr auf Tour und es ist so ein bisschen wie, wenn man viereinhalb Jahre ein Mädchen datet und nicht wirklich zum Abschluss kommt. Insofern freue ich mich irgendwie ziemlich, dass wir endlich mal wieder irgendwie auf der Bühne stehen können. Ich denke, ich habe ein paar Haare auf meinem Arm verbrannt, weil man wirklich so fühlt, dass meine Haare, meine Haare würde in einem Moment gehen, wie Puff, in einem Moment. Ich brauche nicht mehr in den Zulai umgehen heute. Das wäre eine gute Geschichte, wenn man nach Hause kommt, ohne Haare, weil von Rammstein. Ich mag das Geschichte, das wäre cool. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020